Jetzt sagen sie nicht, es ist wieder Dienstag. Da weiß man doch wieder, wofür man Talkshows hat. Ist Angela Merkel noch zu schlagen, lautete die spannende Frage, die Günther Jauch am Sonntagabend seiner Studiodekoration stellte. Mal abgesehen davon, dass es nach meinem Verständnis bei demokratischen Wahlen darum geht, gewählt zu werden und nicht jemanden zu schlagen, wäre es natürlich immer noch möglich, dass Angela Merkel im September nicht wieder gewählt wird. Wenn sich zum Beispiel die Mehrheit der Bevölkerung mal inhaltlich damit beschäftigen würde, wie unsere Gesellschaft organisiert werden müsste, damit es ihr, der Mehrheit und ihren Kindern gut geht und nicht einer kleinen, immer reicher werdenden Minderheit, wenn sich also die Menschen im Land die Mühe machen würden, sich ernsthaft mit politischen Themen zu beschäftigen, statt sich von der allabendlichen Phrasendrächerei der immer gleichen Talkshow-Pappnasen in den pseudodemokratischen Tiefschlaf versetzen zu lassen, dann, ja dann, sehe ich keine Chance für Angela Merkel, wiedergewählt zu werden. Das allerdings werden die Massenmedien, die fest in der Hand der reichen Minderheit sind, zu verhindern wissen. Es gilt das Motto, das Volk braucht Brot und Spiele und je trockener das Brot ist, desto unterhaltsamer müssen die Spiele sein. Wer hat denn auch nach einem langen Arbeitstag im Niedriglohnsektor noch Energie zur Verfügung, um ausführliche Artikel mit ernsthaften Argumenten zu lesen? Nein, die von der Lohnsklaverei Erschöpften gehen abends nicht in die Bibliothek. Sie gehen auf den Boulevard und amüsieren sich über das Paarungs- und Trennungsverhalten von Einzellern, welche die Brot- und Spieleindustrie zu Prominenten aufgeblasen hat. Natürlich könnte man in den Talkshows bis zur Wahl jetzt jeden Abend ein wichtiges Thema behandeln und neutrale Fachleute erklären lassen, was die einzelnen Parteien zum jeweiligen Thema in ihren Programmen tatsächlich sagen. Aber das wäre doch für alle viel zu anstrengend und wer will schon riskieren, dass das Wahlvolk wirklich weiß, was hier los ist. Eines aber muss man der unschlagbaren Angela Merkel lassen. Die Idee, den Wahlkampf der CDU von Peer Steinbrück organisieren zu lassen, die war genial. Bis neulich. Sof 1 Sof 1 Sof 2 Sof 2 Vielen Dank.